Und vom gefeierten Staat zum Ketzer, der Drohbriefe bekommt, Klopapier ins Haus geschickt. Warum? Weil er zu Corona eine kritische Meinung hat. Die hat er auch heute noch. Jetzt geht er in die Politik. Und er hat klare Vorstellungen, was sich in unserer Gesellschaft ändern müsste und was falsch gelaufen ist. Und darüber spreche ich heute. Ich freue mich schon sehr darauf mit dem Gesicht, das viele von Ihnen noch aus der Wochenschau kennen. Aus der Schweiz, Marco Riemer. Hallo, Herr Riemer. Hallo, Herr Reitschuster. Freue mich. Marco Riemer, wie sind Sie zum Corona-Ketzer geworden? Wenn man in einer Familie groß wird, wo Debattenkultur groß geschrieben wird und wo man sich auseinandersetzt und streitet, dann stellt man natürlich auch in der Gesellschaft Fragen und Dinge in Frage. Aber wenn natürlich die ganze Stimmung so aufgeheizt ist, dass die Menschen Angst haben zu sterben und man sie beruhigen will mit Sprüchen wie, ist alles doch nicht so schlimm und man kann ja auch zu Hause bleiben, wenn man krank ist oder danach zum Arzt gehen oder es gibt das Spital oder wie auch immer, dann wird man zur Bedrohung und zu einem Schwurbler vollpfosten und ja, das ganze Programm. Und Sie hatten ja wirklich das ganze Programm, also es ging ja so weit, dass es die übelsten Drohungen gab, Beschimpfungen, Briefe mit Toilettenpapier, also es war ja ein massiver Psychoterror, was Sie da erlebt haben. Ja, wenn man sich öffentlich äußert, geht man ja davon aus, dass man auch ein bisschen Gegenwind bekommt, aber dass das dann so ausartet und zu einem Orkan wird, ein Orkan der Empörung. Ich meine auch, gut, ich bin natürlich auch immer ohne Maske rumgegangen, wenn du dann einkaufen gehst, bist du für gewisse Leute auch 15 Meter weiter weg, ein Mörder. Das hätte ich nicht gedacht. Und da war ich schon sehr erstaunt, vor allem in der Schweiz, wo eigentlich Demokratie hochgelebt wird, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und dann haben wir ja noch eine Verfassung, die den einzelnen Bürger vor dem politischen Übergriff schützt. Und da war ich schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das wundert mich jetzt, weil in Deutschland hatten ja viele die Meinung, auch ich, dass es in der Schweiz nicht so schlimm ist. Also ist das einfach relativ, es war hier noch schlimmer. Aber so wie Sie das jetzt erzählen, war das ja auch in der Altgenossenschaft sehr heftig. Ja, natürlich sagen die Politiker heutzutage und die Aufarbeitung hat ja bis jetzt noch nicht stattgefunden. Aber es gibt so zwei Sprüche. Man konnte es am Anfang nicht wissen, deshalb haben die, die jetzt eine große Klappe haben, gut reden. Aber meiner Meinung nach wusste man ja schon relativ schnell, dass es andere Meinungen zu diesem Virus gibt. Und das Zweite ist, ja jetzt brauchen wir nicht mehr darüber reden, es ist ja alles gut. Und das stört mich schon. Und genau, wir sind ja noch einigermaßen gut durchgekommen, mit weniger Massnahmen als alle anderen. Und ich habe mich halt immer nach dem bestmöglichen Konstrukt, habe ich mich umgeschaut. Das war für mich Schweden, ich habe auch in Schweden gelebt, ich rede Schwedisch. Und die Schweden haben einfach gesagt, seid aufmerksam und empathisch. Und hatten diesen ganzen Maskenmist, hatten sie nicht. Und ich habe immer gesagt, warum machen die es dann? Also eben in Frage stellen. Aber wenn eine Gesellschaft in Angst und Strecken versetzt wird, dann hast du schlechte Karten. Und das war sehr bedauerlich. Wie läuft die Aufarbeitung jetzt in der Schweiz? Ja, null und nichtig. Also es gibt keine Aufarbeitung. Das ist ja auch mitunter ein Grund, warum ich versuche in die Politik zu gehen, wo ich einfach auch sage, es braucht wieder Menschen, die sich trauen aufzustehen, echte Fragen zu stellen, ohne Angst zu haben, dass sie danach nicht mehr wiedergewählt werden. Das ist ja immer das Ding. Also die meisten Politiker von uns, die sind ja auch Interessensvertreter. Also die werden von Lobbyisten umgarnt. Und natürlich, wenn du zur Pharmaindustrie gehörst oder was auch immer, dann wirst du schon gucken, dass du gewisse Fragen nicht beantworten musst oder die umgehst. Und für mich war das Verhalten des Schweizer Parlaments eigentlich sehr enttäuschend, weil, wie gesagt, sie haben die Verfassung mit Füßen getreten. Wie gesagt, eine Verfassung schützt den Bürger vom politischen Übergriff. Und das ist eine Geschichte, die müsste man sehr dringend aufarbeiten, weil man sonst bei jedem Thema zum Notstandsgesetz greift, den es bei uns den Notstandsartikel übrigens auch nicht gibt. Es gibt so einen schwachen Artikel, den die Politiker jetzt immer aufrufen, obwohl sie in einem früheren St. Galler Brief auch gesagt haben, sie würden die Bundesverfassung mit diesem Notstandsartikel nie untergraben und die Bundesgesetze nicht infrage stellen. Haben sie aber immer gemacht. Und es geht weiter. Also das war jetzt auch bei Credit Suisse so und das war bei vielen anderen Geschichten so. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, wann werden sie diesen Notstandsartikel wieder aufgreifen für die nächste Geschichte? Vielleicht Klima, man weiß es nicht. Das erschüttert mich jetzt, weil wir in Deutschland, wir haben ja immer die Neigung, die Schweiz als vorbildlich hinzustellen oder zumindest als nicht so schlimm. Wie viele denken so wie Sie? Was ist Ihr Eindruck? Ist das eine ganz verschwindende Mehrheit? 10 Prozent, 20 Prozent? Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Einschätzung, die Sie haben können, ist ganz klar. Aber so aus dem Bauch heraus, das Gefühl. Ja, es gab ja bei uns die Abstimmung zum Covid-Gesetz und damals haben 40 Prozent dagegen gestimmt. Das heißt, 40 Prozent waren mit den Maßnahmen und waren nicht einverstanden. Eben wie gesagt, die ersten zwei, drei Wochen hat man noch irgendwie gedacht, okay, was läuft da ab und so. Aber es war relativ schnell klar, da kommt man, das bekommt man in den Griff. Das handelt sich nicht um eine Epidemie. Also für mich eine Epidemie im Sinne von Pest wie im 14. Jahrhundert oder spanische Grippe vergleichbar, sondern es ist einfach wieder ein Virus unterwegs, was den einen oder anderen hart treffen kann. Aber wir hatten 2015, 17 und 18 hatten wir genau dieselben Situationen. Das kann man auch nachlesen, habe ich auch immer gesagt, mit Spitälern, die halt an die Grenze gestossen sind mit ihren Kapazitäten. Und es gab auch damals viele Menschen, die gestorben sind, an Influenza und nicht an grippalen Infekt. Und von daher, glaube ich, gab es viele Menschen, eben 40 Prozent, und die wurden ja als Schwurble dann auch gekennzeichnet und beschimpft und diskreditiert. Wo ich sage, es sind eigentlich noch relativ viele, die da in der Minderheit sind. Und heutzutage, glaube ich, mit der Frage, würdet ihr euch noch einmal impfen lassen, würde ich behaupten, eine große Mehrheit würde das nicht mehr tun, weil sie schon gemerkt haben, da ist vieles falsch gelaufen und vieles ist auch nicht richtig gewesen. Aber natürlich würde man jetzt uns, die davor gewarnt haben, natürlich jetzt nicht die Hand reichen und sagen, hey, sorry, da lagen wir daneben und ja. Und nee, das Framing hat funktioniert und dementsprechend müssen wir gewissen Menschen die Hand reichen und ihnen die Möglichkeit geben, wieder eine Beziehung zu uns aufzubauen. 40 Prozent, das klingt für mich im Vergleich zu Deutschland sehr hoch, diese Zahl. Also ich habe offen gestanden nicht den Eindruck, dass es in Deutschland 40 Prozent wären. Da würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, zwischen 10 und 20 irgendwo. Ja, das sehe ich auch so. Also für mich sind eh viele Dinge sehr merkwürdig, weil ich habe Deutschland immer geliebt. Ich meine, ich bin mit der Deutschen verheiratet, ich habe Deutschland viel zu verdanken, auch beruflich. Ich habe die 90er Jahre erlebt, den Aufbruch, die Begeisterung bei der WM, das Sommermärchen, die Freude war riesig. Man hat wieder Deutschlandfahnen geschwenkt und ich glaube, die ganze Welt hat sich auch gefreut, dass sich die Deutschen wieder mal einfach auch über ihr Sein freuen. Es war so lustbetont, es war alles im Aufbruch, wer gut war, den hat man gefördert und momentan habe ich so das Gefühl, haben die letzten drei Jahre dem Land überhaupt nicht gut getan. Und für mich ist es lauter aber auch ein Verbrecher und es ist eigentlich erstaunlich, dass so ein Dummschwätzer und einer, der sich auch nicht erinnert, ähnlich wie Scholz, also Scholzen ist bei uns auch so ein Spruch, wenn du dich nicht an Dinge erinnerst, dass solche Leute eigentlich in der Position sind, wo sie eigentlich nach wie vor die Möglichkeit haben, ihren Mist weiterzugeben. Also ganz ehrlich, das erstaunt mich schon, auch mit von der Leyen, mit ganz vielen Dingen. Und ich denke, was geht hier ab? Und da mache ich mir schon Gedanken, wie es um die auch repräsentative Demokratie in Deutschland bestellt ist. Ja, und wenn du dich ein bisschen umfragst, und ich meine, ich hatte auch wirklich Kontakte zu Menschen, die auch in der Big Pharma waren. Und wenn du die gefragt hast, sag mal, hast du dich geimpft? Und dann sagst du, natürlich haben wir uns geimpft. Und da hast du auch gewusst, also das ist ein riesen Hoax, also nach wie vor. Das war eine Geschichte, die einen vermuten lässt, da hat man irgendwas ausprobiert, oder da steckt was anderes dahinter. Ich meine, ich brauche Ihnen das ja nicht zu sagen. Und natürlich ist man als Bürger angehalten, mitzudenken, aber genau in diesen Momenten wollten die Leute einfach nur noch unterhalten werden, so nach dem Motto, was willst du als Kabarettist denn schon erzählen oder wissen? Und ich glaube, Zivilcourage ist erst recht angesagt, in diesen Zeiten erst recht, eben auch zu seiner eigenen Wahrheit, zu seiner eigenen Wahrnehmung zu stehen. Das ist ganz wichtig. Es stehen viele Themen an. Ich meine, die nächste Geschichte ist jetzt Klimawandel, wo ich auch so denke, da haben sich jetzt auch wieder hunderte, tausende von Experten zusammengetan mit Nobelpreisträgern, die sagen, die Welt geht nicht unter. Ich bin ja froh, dass der Präsident der UNO-Weltkonferenz jetzt auch gesagt hat, öffentlich, auch wenn die Welt anderthalb Grad wärmer wird, sie geht nicht unter. Und wir hatten das Optimum vor 2000 Jahren. Ich meine, die Gletscher legen hier Römerstraßen frei. Es war zweieinhalb Grad wärmer. Ich finde, Umweltschutz ist wichtig. Und mit Ressourcen richtig umgehen. Aber diese von einer Hysterie in die andere, da müssen wir raus. Und ich sage den Leuten immer, nimm deinen Blick vom Handy und guck in die Welt und stelle fest, wie schön die Welt ist und genieße es, wenn es auch mal heiße Tage gibt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, die Leute oder gerade junge Menschen müssten halt mal wieder ihre Großeltern fragen, ja, wie war es denn früher? Und ich denke immer so, ach genau, die Straßen haben noch nachther gerochen, wenn es so richtig heiß war. Oder es gab mittags ein Gewitter und hat eigentlich noch fast Bäume entwurzelt und dann war es wieder weg. Und dann sind wir im See wieder schwimmen gegangen und dann abends halt noch eins hinterher. Es ist alles so außer sich. Und deshalb ist Zivilcourage gefragt im Sinne von, seid mutig, stellt Fragen. Und das hat natürlich auch Einfluss. Wir müssen wieder eine Gesellschaft werden, die eben empathisch ist. Und das heißt aber auch, dass wir das Schulsystem hinterfragen müssen, weil ich möchte keine Gesellschaftssoldaten auf den Weg bringen, sondern eben freidenkende Menschen, die eben auch mal den Nachbarn oder den auch immer fragen, geht es dir gut, kann ich helfen, whatever. Das würde mehr bringen, als was die Politik macht, alle in Angst und Schrecken versetzen und Lösungen abliefern, einfach weil sie müssen, weil es gefragt ist. Ja, man hat ja den Eindruck, es wird ständig mit Angst Politik gemacht und auf Grundlage dieser Angst baut man einen neuen Totalitarismus, weil das eigentliche Problem ist ja, dass abweichende Meinungen verboten werden. Also wenn man wirklich damals, wenn das Ganze demokratisch gewesen wäre, dann hätte man halt gesagt, ja, der Rima hat eine andere Meinung und der Reitschuster hat eine andere Meinung. Wunderbar, die teilen wir nicht, aber lasst die ihre Meinung haben. Aber es wird ja sofort wie im Mittelalter, wird dieser Ketzervorwurf dann erhoben. Also wenn man eine abweichende Meinung hat, ob das jetzt Klima ist oder ob das jetzt Corona ist, dann hat man sofort diesen Ketzervorwurf, ist man dem ausgesetzt. Und das ist ja etwas, was eigentlich vor die Aufklärung zurückgeht und was auch etwas ist, was der Staat ja überhaupt nicht machen dürfte, weil der Staat muss ja weltanschaulich neutral sein. Und was mir diese große Angst macht, ist diese Rückkehr des Totalitären, also dass man andere Meinungen nicht mehr akzeptieren kann. Und das geht ja so weit, dass man die Leute jetzt auch schützen will. Da kommt dann vor dem Otto-Film, kommt ein Warnhinweis. Und vor... Das wollte ich auch schon fragen, ob auch ein Warnhinweis bei Ihnen kommt, dass wir jetzt zusammen reden. Mit Sicherheit. Also bei YouTube kommt der Warnhinweis dahingehend, dass man zum Beispiel die Reichweite dann herunterdrosselt. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich frage, wie kommt es dazu, dass wir hier so einen Rückschritt haben und so von diesen aufgeklärten Zeiten zurückgehen. Meine Antwort ist, dass das einfach Ideologie ist, weil die glauben, sie sind im Besitz der Wahrheit. Sie glauben, sie wissen genau, was die Menschen machen müssen. Sie wissen das besser. Und wenn man sich im Besitz der Wahrheit glaubt, dann ist natürlich jemand wie Sie. Das ist dann ganz gefährlich, weil der sagt ja die Unwahrheit. Und das ist ja ein Böser. Und die sind die Guten. Ich glaube... Und die sind die Guten. Wobei ich auch... Und mit dem Bösen kann man ja... Prispa hat ja ein schönes Programm gemacht. Wir sind die Guten. Das ist doch schön. Wir sind die Guten. Aber ich glaube, wir sind auch selber verantwortlich für diese Misere. Ich glaube, dass die Menschen aufgrund ihrer, ich sage jetzt mal, unbeschwerten Lebensart und die vergangenen Jahrzehnte waren ja geprägt von es ging immer aufwärts, es ging immer höher und weiter und allen richtig gut und so. Ich glaube, dass viele Leute eigentlich auch vieles dann sausen lassen haben. Sie haben die Politiker eigentlich dann machen lassen. So irgendwie... Ich meine, das sieht man ja an den Abstimmungsresultaten. Wählen gehen vielleicht bei uns 40%. 60% beteiligt sich gar nicht mehr am politischen Prozess. Und das finde ich schon heftig. Und wenn du dann 20% erreichst oder 25% eben mit Ideologien, dann bestimmen diese 25% eine Politik. Und ich rufe die Menschen immer wieder auf, beteiligt euch. Ihr seid eine Stimme, ihr seid Teil des Staates. Und ich sage immer, das Volk ist der Chef. Also wir geben ja unseren Volksvertretern das Mandat oder was auch immer, unsere Stimme, damit sie uns vertreten. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit die Sausen lassen. Und das hat eine Eigendynamik bekommen. Und du merkst jetzt auch plötzlich, ich meine, auch ein europäisches Parlament. Ich meine, der Gedanke, dass wir ein Europa sind, okay, das ist ja alles gut und recht. Aber es hat sich so verselbstständigt, dass eigentlich die Europäische Union, wenn was nicht gut läuft, also dann der Schweiz droht. Also es wird ja immer sofort gedroht. Und das haben wir ja erlebt auch beim Bankengeheimnis. Die Amerikaner haben der Schweiz dann so lange gedroht, bis die Schweiz eingebrochen ist. Und dann haben sie einfach das, was wir gehabt haben, haben sie nach Amerika dann exportiert. Für sich selbst. Und jetzt sind sie wieder hier. Und jetzt geht es um die Rohstoffhändler. Und ich sage immer, jeder darf in Wettbewerb treten. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man erpresst wird. Aber ich glaube, das hat die Bevölkerung auch ein Stück weit zugelassen. So von wegen, kann eh nichts beeinflussen. Mir geht es ja gut. Und ich glaube, die Politik hat es geschafft, so eine Art auf den Weg zu bringen, dass man sich so einigermaßen noch wohl fühlt. Aber das ist sehr gefährlich. Und deshalb sage ich auch, Mund aufmachen. Ich sage nicht, dass das, was ich sage, richtig ist. Es kann sein, dass das, was ich heute sage, der Irrtum von morgen ist. Aber reden miteinander, debattieren, Lösungen suchen. Ich habe mich auch immer gewundert, warum nie über Gesundheit gesprochen wird. Oder wenn wir jetzt Ukraine-Russland-Konflikt ansprechen, dann denke ich so, wenn es jetzt Putin und Zelenskyy wirklich um die Bevölkerung gehen würde und auch den Westen und allen, dann würden sie sagen, wir stoppen den Krieg und wir bauen das jetzt mal auf. Vielleicht mit dem Risiko, dass diese Regionen nachher sagen, wir sind eine unabhängige, kleine Region, die weder zu den Russen noch zu den Ukrainern gehören will. Whatever. Aber eigentlich geht es doch darum, dass das Morden aufhört. Und ich würde ja die Leute am liebsten in die Konklave schicken, diese Machthaber. Dann sollen sie sich auf den Deckel gehen und so lange streiten, bis sie eine Lösung haben. Darum geht es. Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ich weiß, wie ich es machen würde, sondern es geht darum, dass wir miteinander reden, nach Lösungen ringen und abends dann trotzdem ein Bier trinken gehen. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also ich bin mit dem Ringen und all dem einverstanden, aber wir haben ja eine noch schlimmere Situation, wo man andere Meinungen einfach versucht zu unterdrücken und mundtot zu machen. Also wenn die nicht mit uns reden wollen, dann sollen sie uns wenigstens unsere Meinung lassen und sollen nicht versuchen, uns die Bankkonten zu kündigen, uns die YouTube-Kanäle zu zensieren und all das. Also dass sie mit uns reden, das wäre ja schon sozusagen die übernächste Stufe des Guten. Also die einfache Stufe wäre ja, dass man uns jetzt in meinem Fall zumindest nicht aus dem Land vertreibt, indem man zur Fahndung ausschreibt und dergleichen. Also es wäre viel schöner, wenn das jetzt schon der nächste Schritt wäre, aber es geht ja noch viel weiter, wie Sie ja auch erlebt haben mit diesen Bedrohungen und all dem und diese Bedrohungen, die wurden in der Hetze. Wir haben Stefan Hockerts hier auch mal ganz kurz Asyl gewährt, weil der auch auf der Flucht war und er hat ja nichts anderes gemacht als davor, als Infektiologe, Immunologe und als Wissenschaftler hat er ja diese ganzen Firmen auch beraten und ja, Teste ausgestellten Sinne, das kann man auf den Weg bringen, da müsst ihr gucken was. Und das war schon sehr schräg, dass das plötzlich eine ganz andere Wendung genommen hat. Also und deshalb sage ich immer, es ist einfach, auf andere Länder zu zeigen und sagen, ja, das ist ja hier, die haben keine Rechte, die werden diktiert, die werden unterdrückt und wir können ja noch reden. Ich sage, ja, ja, wir können schon reden, aber da wurden viele Leute ausgeschlossen, vertrieben und die müssen auch wirklich damit rechnen, dass sie eingelocht werden. Also weit weg sind wir nicht mehr und wenn du natürlich dann auch sagst, naja, und da bin ich ja dann froh, dass auch ein Herr Boda, ein wirklich hervorragender Journalist, als Jude dann auch diesen Vergleich herstellt, wo er sagt, kein Wunder, dass 1933 diese Form des Totalitären nach den Menschen gegriffen hat. Ich werde ja dann sofort als Antisemit gebrannt mag, wo ich immer so denke, warte mal, ich glaube, wir haben auch in unserer Verwandtschaft noch jüdische Elemente. Weißt du, wo ich so denke, spinnt ihr jetzt eigentlich komplett? Oder wenn ich jetzt mal sage, ich bin mit dem und dem nicht einverstanden, er hasst die Schweiz. Nein, ich hasse die Schweiz nicht, im Gegenteil, ich finde unser Land großartig, es gibt viele, viele tolle Dinge, ich liebe die Deutschen, aber ich gucke halt mit einer gewissen Sorge auf gewisse Dinge und ich, ja, und das ist dieses Schwarz und Weiß, dieses, es ist so knallhart, es ist so ganz fies und es ist eben unterschwellig schon sehr bedrohlich, was abgeht. Und da müssen wir gucken, dass wir da aus dieser Kiste rauskommen. Sonst, eben wie gesagt, ich stelle mich auch jetzt einem politischen Amt, also habe ich zur Verfügung gestellt, die Leute können mich wählen, wenn sie das wollen. Als Parteiloser, wäre ich richtig. Als Parteiloser, genau, aber ich sage einfach, und wenn ihr das, wenn ihr offenen Auges ins Verwerben rennen wollt, dann wählt noch einmal die Repräsentanten, die euch eigentlich nicht vertreten haben und die Verfassungsbruch begangen haben. Das sage ich ganz klar und offen. Und natürlich hören das gewisse Menschen nicht gerne. Wahrheiten werden eh nicht gerne gehört. Vielleicht täusche ich mich auch. Kann möglich sein. Aber es gab den Verfassungsbruch. Den gab es. Und wir feiern noch 175 Jahre Bundesverfassung. Und dann denke ich, erst recht, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich dieser Dinge mal wieder neu bewusst wird und vielleicht auch mal eine Verfassung liest. die Leute reden wie bei CO2, wenn du die Menschen fragst, ja, CO2 ist das große Problem, weisst du denn, wie viel CO2 in der Luft ist? Dann gucken dich alle an und sagen, ja, so viel, 20 Prozent, sagst du, ja, 0,04 Prozent. So. Und wo ist das Problem? Und wir brauchen es, also dass die Dinge wachsen. Und dann kann man ja mal anfangen, darüber zu reden, wo sind die Probleme, was steht an? Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Leute, die leben wirklich in den Schlagzeilen und deshalb geht es ihnen auch bescheiden. Also ich finde, dass wenn ich durch die Stadt gehe, wo ich aufgewachsen bin, da wurde früher wirklich noch gegründet, also hallo, das ist wie weg, das Fröhle ist weg und das ist sehr bedauerlich. Ja, das Schwarz-Weiße ist ein riesiges Problem und das geht ja auch durch alle Seiten sozusagen. Also selbst bei denen, die kritisch sind, die sind dann wieder in anderer Hinsicht Schwarz-Weiß und die große Frage ist, wie schlecht muss es erst noch werden, damit die Leute sich, oder damit eine Mehrheit, sagen wir mal so, es gibt ja genügend, die sich besinnen, aber dass eine Mehrheit sozusagen sich besinnt und die, das ist für mich die Schlüsselfrage, also wie viel Elend und wie viel an demokratischen Grund werden muss noch zerstört werden und auch wirtschaftlichen Dingen sehen wir in Deutschland mit Energie und allem, bis es tatsächlich zu einer Katharsis kommt, also zu einer Reinigung ist ein blöder Katharsis, ist eigentlich Reinigung nötig, aber bis es dazu kommt, dass die Leute einfach sehen, wir haben den Karren in den Schmutz gefahren und wir müssen das ändern und im Moment, glaube ich, geht es einfach vielen noch zu gut. Wir haben so eine Art Wohlstandsverwahrlosung oder auch Wohlstandsverdummung teilweise, also spätrömische Dekadenz in Zeichen, also haben wir das gerade in... Ja, und ja, also gerade wenn man, ich sage mal, wobei ich optimistisch bin im Sinne von das Weltgeschehen, Klima wie alles andere, Klimawandel kann es ja auch nicht leugnen, sondern es ist alles im Wandel. Natürlich gibt es das. Es ist mal mehr, es ist mal weniger und ich glaube schon auch und das fand ich ja auch sehr spannend, das hat auch mal Helmut Schmidt gesagt, Dinge verändern sich vielleicht über Jahrzehnte und gewisse Generationen werden die Dinge, die sich dann wieder positiv verändern, auch gar nicht mehr erleben. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben und deshalb bin ich auch sehr optimistisch, dass wieder eine Generation kommt, die vielleicht jetzt nicht so hysterisch ist wie die Generation der Greta-Anhänger und Friday for Futures und die sich auf die Straßen kleben. Ich sehe das bei meinen Kindern, das sind jetzt schon Rebellen. Eigentlich schäme ich mich teilweise dafür, dass ich ihnen halt so dieses, ja diese Form des, dass sie einfach, dass sie sich wehren, dass sie auch Widerworte, das gehört dazu und sie werden es nicht einfacher haben, aber man wird immer wissen, woran man ist und das wird eine coole, das wird eine coole Generation und ich denke, das kommt schon gut und vielleicht, das was sie auch gesagt haben, es muss vielleicht wirklich mal hart werden, damit gewisse Leute aufwachen. Ich meine, wenn ich gucke, wir zahlen jetzt schon mit dem Haus, Energie, zahlen wir bestimmt zweieinhalb, dreitausend Franken mehr im Monat. Ich bin in der glücklichen Situation, dass wir das jetzt irgendwie zahlen können, aber wenn ich sehe, mit meinen beiden großen Kindern, die halt ein ganz anderes Einkommen haben und die Teuerung jetzt auch greift und die ist weniger heftig als in Deutschland, ja da müssen Leute richtig anfangen zu rechnen und mit einem Einkommen kannst du gar keine Familie mehr gründen und das ist genau der Punkt, wo man sich einfach auch mal die Frage stellen muss, wie bewerkstelligen wir das, in Zukunft und das bedingt eben, dass wir eine Debattenkultur haben beziehungsweise eine Form des Diskurses, dass sich eben Experten und Menschen mit klugen Ideen, Innovationen, kreativen Gedanken zusammensetzen und versuchen, was auf den Weg zu bringen, wo man Lösungen findet. Wäre auch cool, wenn man wieder so einen Rat der Weisen hat aus Frauen und Männern, wo die jungen Politiker ja vielleicht auch mal Fragen stellen können. Rat der Weisen jetzt für diejenigen, die hier hyperventilieren und die sogenannten Gegnerbeobachter, es sind damit nicht die Weisen gemeint mit der weißen Farbe, sondern die Weisen, die klugen. Wir leben in hysterischen Zeiten. Das ist das dazu. Leider ist die Zeit schon rum, aber ich finde, das war ein gutes Schlusswort oder gibt es noch irgendetwas, was Sie unbedingt noch mit hier in die Sendung geben wollen? Ich glaube, dass die Leute einfach, und das ist vielleicht wichtig, versuchen, so oft wie möglich rauszugehen, sich von den sozialen Medien, auch von solchen Gesprächen, ich sage jetzt mal, nicht zu lösen, aber das einfach als Gedankenanstoß mitnehmen, darüber nach, aber geht raus, geht in die Natur, freut euch des Lebens und begegnet euch vor allem mit viel Humor. Und deshalb, wenn ich auf Tour gehe, ich bin ja April, Mai jetzt auch in Deutschland dann mit meinem Programm, dann will ich die Leute zum Lachen bringen. Und diesen gesunden Seufzer, das tut den Menschen gut und dann kann man auch sagen, der ist nicht anders als wir und ich bin nicht besser und nicht schlechter, whatever, aber ich denke, die Dinge mit viel Humor nehmen, viel Empathie aufentwickeln und vielleicht auch jemanden mal in den Arm nehmen, wenn es ihm nicht gut geht. Das Mensch sein, Lebenswürdig sein. Wo können die Zuschauer fahren, wo sie auftreten bei ihrer Tournee in Deutschland? Ich glaube, meine Tickets gehen über Event-Team. Event-Team einfach, genau. Event-Team einfach, genau. und da findet man es dann, genau. Genau. Du weißt, dass ich in Berlin bin und in München und Leipzig. Ich freue mich riesig, freue mich echt riesig auf diese Vorstellung und hoffe, dass ich die Leute einfach zum Lachen bringe. Also nicht entgehen lassen, auf Event-Team kann man nachschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich heute bei uns in der Sendung der Schweizer Comedien und Satiriker, bekannt aus der Wochenschau, Marco Riemer. Vielen Dank, alles Gute. Danke. Und vielen Dank Ihnen, euch, dass ihr dabei wart. Wieder reinschauen, Like dalassen, für die Algorithmen einen Kommentar, die Glocke, auf der Unterstützerseite vorbeischauen, wo es so schöne Ausschriften gibt, wie hier, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, nicht gegen den Strom schwimmen, tote Fische nicht. Da sieht man, wie schnell man sich vertut heutzutage und auch für Unterstützung freue ich mich, weil wir hier keine GEZ-Milliarden bekommen und auch keine Steuersubventionen. Alles Gute, danke, ciao. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de also endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch, ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. und wir machen es so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.